Freudige Nachrichten aus dem britischen Königshaus. Prinzessin Beatrice, die Enkelin der Queen, und ihr Mann Eduardo Mapelli-Mozzi erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Dies gab der Palast in einer offiziellen Mitteilung am 19. Mai bekannt. Dort heißt es, ihre königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Eduardo Mapelli-Mozzi sind sehr erfreut, bekannt zu geben, dass sie im Herbst dieses Jahres ein Baby erwarten. In diesem Jahr wurde die Queen bereits zum 9. und zum 10. Mal Urgroßmutter. Im März wurde Sarah Phillips zum 3. Mal Mutter. Einen Monat zuvor brachte Prinzessin Eugenie einen kleinen Jungen zur Welt. Im Sommer kommt dann auch das zweite Kind von Prinz Harry und Herzogin Meghan. Mit Beatrices Kind wäre die Queen dann zwölffache Urgroßmutter.